Hallo, ich bin der Lilo und ich zeige euch heute mein Kretzl. Ich bin Designer, Illustrator, Skateboarder und wohne mit meiner Familie in Benzin. Also was für mich natürlich so ein bisschen ein anderer Punkt ist, das ist der Skatepark in Hütteldorf draußen, Goodlands Skatepark. Das war der erste wirklich gute Betonskatepark, den es in Wien gegeben hat und der ist auch immer noch state of the art. Den Wienfluss kann ich wahrscheinlich nur aus der Stadt drinnen, aber der ist in Benzin renaturalisiert worden und da gibt es ein paar recht coole Spots, wo man sich im Sommer wirklich aufhalten kann. Und es gibt den Wien Highway zum Radl fahren, wo man wirklich schnell entlang des Wienflusses wieder in die Stadt reinkommt. Der 14. Bezirk ist für mich die perfekte Mischung aus Urbanität und gleichzeitig Grün. Alles, was man braucht. sich und wenn wenn ich mir dann maleeee triese fless successen, ist es